Hallo und herzlich willkommen, ach ja, im Übrigen sind 10 Sekunden gegangen, seitdem ich macht's gut und schau gesagt hab. Nur so zur Info, ähm... Ich... Ich komm dich holen. Ich komm dich holen. Es sieht aus wie riesige Gläser. Egal, auf jeden Fall, äh... Ja, die, äh... Dritte? Dritte Folge wurde gerade aufgenommen. Willkommen in der vierten. Ähm... Und weiter geht's. Was ich hier mache, keine Ahnung, aber... Komm schon, ihr müsst zugeben, das sieht irgendwie aus wie so Saftgläser. Zumindest sehen so meine Saftgläser aus. Die sind blau. Mal gucken, mal dieser kleine süße Türschloss. Äh, Tür. Dieser kleine süße Türschloss. So. Ja, leider ist die Leiter kaputt. Schlecht designt, würde ich sagen. Die sind nicht nur schlecht designt, beschissen designt. The cake is a lie, the cake is a lie. Help. Will ich dort rein? Hat mich gerade entschieden, ich möchte. Nein, nicht die Leiter. Ja, okay, gut. Ich weiß jetzt, dass ich die... Aperture. Aperture Bohnen. Kann ich das irgendwie rotieren, Objekte? Schade. Ich hätte gern aus den Bohnendosen was gebaut. The cake is a lie, the cake is a lie, the cake is a lie. Gein Kuchen? Kein Kuchen? Ich will aber gerne Kuchen haben. Und ich schätze, ich hätte auch diesen Weg gehen können. Wasser. Mir kommt eine ganz tolle Idee. Tschüss. Ich hab's gerade runterfallen hören. So, ähm... So, bessere Frage. Was ist unsere wirkliche Aufgabe hier? Wir müssen wohl... Apropos, komm, wir... Das ist doch wohl nicht wahr. Warum geht sowas? Und warum war der Effekt da drauf? Ah. Coole Sache. Weißt du, was noch eine coolere Sache ist? Die hier. Oh yeah. Was? Was ist geschehen? Was ist... Ach man, warum... Hätte ich mich nicht bewegen dürfen, weil ich in die Decke gepresst wurde. Guckt mal, da bin ich. Das ist so lustig. Mit diesen Portalen. Ja. Schon eine coole Sache. Okay, ich schätze mal, ich könnte darüber da rauskommen. Oder ich gehe einfach hier entlang. No way. Hm. Ich schätze mal, es wäre auch ganz praktisch, wenn ich in den Raum da kommen könnte. Nein? Nicht praktisch? Ja, tschüss, Raum. Ja, äh, keine Ahnung, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ab! Ja, raus! Raus aus der Fabrik! Denn die ist die Böse. Ja, raus aus der Fabrik! Wupp! Oh, was? Oh, ich bin zu weit geflogen. Wieder raus aus dem Gebäude. Das ist Gebäude, aus dem Ding hier. Mann, ich will durch diese Türen. Was ich mich allerdings tatsächlich frage, ist, wo gehe ich gerade hin? Mann, ich will da rein, das sieht cool aus. Mann! So. 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 Warte mal, wo muss ich denn hin? Ah, warte, ich kann hier auch einfach stehen bleiben, oder? Oh, oh! Na, kein Problem. Ich komme auch einfach so durch. Oh, yeah. Ich entkomme da an Stampfern des Todes. In diese Richtung raus. Aha, in diese Richtung raus. Danger. Containment. Containment. Verseuchtes Gebiet. Gefahr. So. Ja, Gefahr. Gefällt nicht. Tschüss, Würfel. Äh, und. Und. Gefahr. Äh, äh, äh. Schaffe ich den Sprung? Ja, ist die Antwort. Ich schaffe den Sprung. Okay. Die Türen gehen immer noch nicht. Lade Dateien. So. Hilfe, ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich muss erst mal all deine Computer kaputt machen. Und deine Bohnen. Komm mit, Computi. Ich hoffe, das ist ein Computer. Sonst wäre peinlich. Aber das wird mich doch definitiv zerquetschen. Nicht? Dachte ich mir doch. Oh, 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 oh. Ja, gut. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen unangenehm. Ja, das war jetzt. Okay, wubbel, wubbel, äh, ding. Moment. Ich hab alles kaputt gemacht. Ich hab alles kaputt gemacht. Ich hab alles kaputt gemacht. Ja, schön, dass ich keine gute Person bin, du. Den Roboter lasse ich einfach mal empfrieden. Ich mein, warum sollte ich den kaputt machen? Kleiner Roboter. Was? Wer hat das gesagt? Einer von denen da unten? Bist du der, der sucht? Wenn ja, muss ich dich enttäuschen, dich mach ich nicht kaputt. Okay. Okay. Wo bin ich hier? Over here. Möchte ich da oben hin? Oder möchte ich hier unten durch? Help. Taste. So und so viele Tage. Auge. Hello. Can I help you? Würf die durch Loch. Cake is a lie. Cake is a lie. Ah ja, Kuchen ist eine Lüge. Ich will den trotzdem essen. She is watching you. Beep, beep. So. Wo? Hier dann durch? Okay, wir sollen nach oben. I guess. So. Und hier rüber. I'm just kidding now. Turn back or I will kill you. I'm going to kill you. And all the cake is gone. You don't even care. Do you? This is your last chance. So, das ist Subject042. Lol. Als ob. Da sind ja Malereien an den Wänden dran. Also was heißt Malereien? Kritzeleien. Oh, das macht so viel Spaß, alles anzufassen. So. Verdeck dir Licht. Ne, tut dir nicht sinnvoll. Du hast keinen Pritzel-Effekt. Du bist ja einfach. Kann ich alle Bildschirme kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Und dann laufe ich hier mal durch. Dann laufe ich hier mal durch. Laufe ich durch. Over here. Ja, how? Wie? Da ist solides Glas im... Okay. Ja, ja. Was ein schweres Rätsel. Ich hab's schon. Vor allem, welches Portal ist es? Es ist orange, ne? Okay. Wann immer ich ein Portal bin... Ach, schade. Oh, kann sich das Gerät bitte selbst abschießen? Lustig. Ähm. So, ich hab jetzt ne Idee. Nämlich, ich spreng das Rohr auf. Okay. Die Idee hat funktioniert. Sag mal, warum brauche ich den denn für alles? Diesen seltsamen Typen. So. So. Noch eine Frage. Kann ich? Nur ein Test. Es ist... Moment. Ihr seht gleich, wenn der Test anläuft. So. Ich hab jetzt einen ihrer tollen PCs. Und den halte ich jetzt mal in diesen Luftstrom. Oh. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Enttäuschung. Niemand wird zurückgelassen. Weder du. Würfel. Actually, dich lass ich zurück. Computing? Okay. Dann schmeiß ich nichts in den Häcksler da drüben. Wow. Und jetzt geh ich wieder nach hinten. Ja, dann schätze ich mal, schmeiß ich doch Sachen in den Häcksler. So. So. Dann müssen wir noch... Companion Cubus. Boah, das ist so ein richtiges... Du musst jetzt aufs Klo-Geräusch. Teures Equipment. Oh, lade Dateien. Apropos. Ich merke gerade, es wird wieder Zeit für eine neue Episode. Daher würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.